Papa und ich müssen euch was Wichtiges sagen. Was? Lass uns scheinen. Quatsch. Wir wollen einfach nur mal ein Wochenende Weg fahren. Geil, ich mach ne Party. Weißt du noch, wie früher? Was würdest du machen, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest? Geh und den Kindern abhängen. Heike und Hans sind so glücklich und erfüllt und unser Leben. Wir können ja auch heimlich einen saufen. Wir können ja auch heimlich einen saufen.